So, nachdem wir mit den Menschen jetzt gehandelt haben, sollten wir erstmal R, Gerogon wegschicken und mit G die ganzen Sachen zurücknehmen. Das sind echt viel zu viele Kisten. Ah, ich habe vergessen denen was zu schenken. Na, vielleicht sollten wir auch lieber den Zwergen aus der Heimat was schenken. Das macht ein bisschen mehr Sinn als andere Rassen zu unterstützen. Nicht, dass Zwerge da irgendwie so ein bisschen komisch wären, aber ja. Ja, lassen wir das. Hier wachsen schon wieder Pilze in den Wohnungen, das ist gar nicht gut. Einmal die Tee und dann wollte ich eigentlich gleich in die Küche gucken. Da ist ja irgendwie Miasma ausgetreten. So, hier. Oh, schon wieder alles weg? Ne, da breitet sich das gerade wieder neu aus. Was haben wir denn da? Ja, stellt ein Mahl her. Okay, gehen wir mal mit Tee drauf. Wir haben jede Menge Essen da. Da. Und anscheinend nicht genug Leute, die das abtransportieren. Da. Rotten. Oh nein. Äh, die dieser riesige fliegende Vogel der Spinnennetze schmeißt. Den haben wir anscheinend zu Fett verarbeitet und daraus gerade was zu essen gemacht. Ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz. Ein vergammelter, vergessene Bestien Fett Roast. Also geröstetes Fett. Klingt nicht sehr lecker, aber mh. Okay. Dies ist ein Stapel aus vier meisterhaft präparierten, vergammelten, vergessenen Bestien Fett Roasts. Hergestellt bei dem Koch Rigos Gigan. Das wird wohl EV und LP sein. Die Zutaten sind alle meisterhaft minst. Ich weiß nicht, ob das Gewürzt heißt. Naja. Also die Zutaten sind wirklich nur Fett, 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 Fett und noch mehr Fett. Und das Ganze ist dann eine Mahlzeit aus vier Stapeln. Also äh. Ja. Zwergenessen halt. Na gut. Das ist also vergammelt. Und da drüber haben wir noch mehr von den Forgotten Biest Sachen, die aber noch nicht vergammelt sind. Und die sind genauso aufgebaut. Also wir stehen eigentlich nur aus Fett. Kurios, kurios. Aber warum ist eins davon vergammelt? Wir müssen doch eigentlich genug Leute haben, die hier Zeug hin und her transportieren. Und unser Müllhaufen oben ist immer noch einigermaßen frei. Auch wenn ich da viel zu viele Knochen sehe, die müssten doch eigentlich runtergebracht werden. Was haben wir hier? Tode, Osmos, Posmos, linker, unterer Backenknochen. Mit Wasser überzogen. Okay. Es könnte sein, dass das von irgendwelchen Händlern oder anderen Zwergen ist. Und wir deswegen das Ganze nicht verarbeiten wollen. Oder unten den Stapel packen. Hm. Na gut. Noch geht das so weit. Aber die ganzen Goblin-Leichen sollten langsamer vergammeln. Das würde gut Platz schaffen. Aber ja. Das braucht einfach nur Zeit. So. Ich würde noch gerne hier eine neue Tür reinsetzen. Falls mal wieder ein Forgotten Biest vorbeischaut. So. Hier am besten gleich auch noch eine. Einhören. Da auch noch eine. Alles ein wenig mehr absichern. So. Weil wir haben ja gesehen, als die Forgotten Biest ankamen, ist die hier oben rum geschwebt. Oder schwebte die da oben rum. Und kam nicht rein. Erst als wir die Tür abgebaut haben, ist die hier reingeflogen. Das heißt, die können anscheinend keine Türen öffnen und auch nicht zerstören. Das ist schon mal recht praktisch zu wissen. Und hier haben wir jetzt unsere selbst erstellte Enge. Da wollen wir auf jeden Fall auch zwei Türen reinsetzen. Einmal da. Einmal da. Und dazwischen dann noch Waffen fallen. So. Ja. So weit. So gut. Oben habe ich wieder jede Menge Coplins. Was müssen wir später machen? Kam da gerade noch Nachricht? Ja. Jede Menge Nachrichten, dass wir nicht an die Sachen rankommen, die wir gerne hatten. Oh. Und noch einer von den Neuen hat wohl ein Temperatantrum geschmissen. Aber hat sich sehr schnell wieder beruhigt. Äh. Okay. Ja. Die werden noch lernen, dass das Sterben hier in diesem Wort mit dazugehört. Dann werden die sich auch nicht mehr so sehr aufregen. So. Was jetzt? Was jetzt? Ach ja genau. Danger Room. Unser Miliztrupp ist immer noch inaktiv. Sehr schön. Dann. Wo ist unser Danger Room? Danger Room. Danger Room. Da. Die Mauer da hinten steht schon. Die Tür ist offen. Gut. S. Shift A. Bitte. Moved euch mal dahin. Dann mache ich jetzt den Dwarf Therapist auf. Noch kurz Read Dwarfs. Guck was für Werte die so haben. Und vergleich dann mal. Also in den Kommentaren wurde ja gesagt, dass man den Hebel wohl nicht auf Repeat schalten könnte. Die kriegen ja wohl keine Skill-Ups. Aber letztes Mal hat es funktioniert. Vielleicht hat sich ja inzwischen in die Version da irgendwas getan. Aber da experimentieren wir etwas rum. Den klappt das schon. Warum bist du so langsam? Ach du bist unglücklich. Ah gut. Hast bestimmt einen Grund dazu. Also. Wir nehmen jetzt mal Test-Kennlinische Nummer 1. Ist. V. Kiro Sumi. Tür wird abgeschlossen. Zack. Jetzt suche ich im Dwarf Therapist den Kiro Sumi raus. Den man leider nicht erkennt, weil die Namen hier falsch eingegeben sind. Da haben wir Zück. Da haben wir einen ohne Namen. Wir haben einen Hammerzwerg ohne richtigen Namen. Ist ja auch kurios. Da haben wir Full-OP oder Full-OP. Savot. Der ist sehr unglücklich. Noch einen ohne Namen. Das werden die ganzen noch zum zweiten Trupp sein. Farnasul. Nein. Wir haben viel zu viele Hammerzwerge. Na gut. Ich lasse jetzt mit dem einzelnen draus suchen. Ich mache einfach so einen ungefähren Blick da drauf. Shift-P und auf Repeat. Dann gucken wir, ob sich etwas verändert oder nicht. Also momentan sehe ich gerade Das höchste, was wir so haben, ist Fighter Level 6. Das haben nur 3 von den Hammerzwergen. Das nächst höhere ist dann 4. Und danach hat der Rest fast gar nichts. Das heißt, wir lassen diesen Zwerg jetzt hier schön den Schalter immer nur nachher drücken. Und nach ein paar Minuten vergleichen wir einfach, wie es dann aussieht. Wir sollten mal kurz gucken, ob irgendwann verletzt wird. Also eigentlich sollte keiner verletzt werden. Aber wir hatten ja eine leichte Handverletzung das eine Mal. Was nicht wirklich schlimm ist. Aber ist trotzdem kurios. Na gut. Was haben wir noch zu tun? Wir haben oben die neuen Grifte ausgehoben. Die sollten noch geschliffen werden. Nicht, dass unser Armerschleifer schon jede Menge zu tun hat. Aber wir können schon für die nächsten 3-4 Jahre auch was anderes zu tun geben. Mhm. So. Die auch noch. Und den Rest können wir auch nochmal machen. Oh. Was ist jetzt passiert? Ah. Solonaka Mophosol ist Berserk gegangen. Hm. Berserk? Ist das das gleiche wie Insane? Also ich will den jetzt nicht von der Milizen hinterprügeln lassen, wenn er sich irgendwann wieder beruhigt. Wo genau bist du denn? Z-Zoom. Du bist da unten. Direkt neben Gerogon. Nein. Du wirst jetzt nicht Gerogon töten. Du wirst nicht Gerogon töten. Vor allem nicht mit einem Hühnchen. So. Äh. Inventar. Du hast ein Gänselederschuh. In der rechten Hand oder am rechten wo? Äh. Rechter Fuß. Er hat anscheinend keine Waffen. Er trägt nur Handschuhe und andere normale Ausrüstung. Nichts, was man unbedingt als Waffe benutzen könnte. Ähm. Na gut. Aber ich will da nichts riskieren. Also wir machen das jetzt wieder weg. Wir machen unseren Färbemitteltrupp. Der ist ja schon aktiv. Der ist im Danger Room. Nein. Der ist viel zu weit weg. Äh. Okay. Stopp. Alles schön Schritt für Schritt. Wir gehen zurück runter in den Danger Room. Da. Schließen die Tür jetzt da wieder auf. Heben den Befehl mit C auf. Gucken ganz kurz in den Dwarf Therapist, ob sich da was verändert hat. Äh. Wir haben jetzt ein Fighter Level 8. 2 Fighter Level 7. Und allgemein sind ein, zwei Punkte auch noch ein bisschen größer geworden. Also ja, es hat wohl schon was gebracht. Ist jetzt fraglich, ob das das Maximum gewesen wäre. Also ob dieses Repeat jetzt wirklich funktioniert hat oder nicht. Das müssen wir mal anderem mal ausprobieren. Jetzt müssen wir erstmal unseren Herrn und Meister retten. Oder so ähnlich. Also Tür war offen. Hoch, 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 hoch. Da. Und die Küche sieht wieder aus. Ach du. Da oben geht grad auch irgendwas schief. Aber das muss warten. S, Shift, A. Da. Du. Töte. Den da. Geh, Ugon. Lauf, 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 lauf. Du bist so wichtig, als dass du prügeln solltest. Genau. Er ist einfach geflohen. Wie das ein... Was zur Hölle ist da passiert? Ich sehe einen toten Zwerg. Der mächtige Pirat wurde niedergeschlagen. Anscheinend mit einem Schlag. Das... Wie ist das passiert? Ah, anscheinend wurde auch noch eine Yakku und ein Esel angegriffen. Aber ich will jetzt gucken, was mit Multi-Pirate passiert ist. Ah, das hat wohl doch ein wenig länger gedauert, als ich gedacht hätte. Das Ganze hat damit angefangen, dass der Verrückte Multi-Pirate eingegriffen hat. Aber der ist immer wieder ausgewichen. Anscheinend wollte er nicht auf einen Verrückten einfach so einschlagen. Danach ist der Verrückte aber auf ihn zugestürmt und hat ihn wohl umgeschubst. Und dann mehrfach auf ihn eingeschlagen, während er am Boden lag. Was echt nicht nett ist. Dann hat Multi-Pirate irgendwann versucht zurückzuschlagen, aber kam wohl nicht wirklich weit. Weil er gleich wieder umgerannt wurde. Das machen diese Verrückten anscheinend ziemlich häufig und die normalen Zwerge nicht. Und deswegen gewinnen die Verrückten wohl. Hm. Und endgültig wurde er umgebracht, indem der verrückte Multi-Pirate in den Kopf schlägt mit seiner rechten Hand. Und durch den Schädel durchschlägt in das Gehirn. Ähm. Interessante Kampftechnik. So. Raus, raus. Wir haben schon wieder einen Toten und gleich einen zweiten. Irgendwie kriege ich keine Folge hin, ohne dass nicht mindestens 3, 4, 5 oder noch mehr Zwerge sterben. So. Wo bist du hin? Da ist Gerogon. Gerogon weicht dem Miasma aus. Ich würde aber viel lieber wissen, wo der Verrückte ist. Nimm, 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 nimm. Hier sehe ich schon die Miliz. Und den Käpt'n der Miliz. Ich guck mal kurz auf die Einheitenliste. Wer wird da irgendwo aufgeführt? Anderer. Berserk, da ist er doch. So, wir würden gerne zoomen zu Creature. Was macht er hier oben bei den Goblins? Oh weh, der lässt die Goblins frei. So, dich verfolgen wir jetzt erstmal. Ne, er steht da rum und prügelt sich mit dem Hauler Loki. Er ist selber verletzt und ihm ist wohl übel. Also Norgous. Und Loki ist aber auch schon ganz schön verletzt. Komm schon, Miliz. Wir wollen nicht, dass 3 sterben. Ah, Miliz ist da. Sehr gut. Ein verrücktes Tod. Übel. So, da. Ja, hier ist noch der Kampf mit Loki. Der schlägt mit seiner Faust durch das beschädigte Hundeleder. Durch den beschädigten Hundeleder-Umhang durch. Und er würgt dabei. Also dieses Hochwürgen kurz vor dem Kotzen. Muss ja auch ein sehr interessanter Kampf gewesen sein. Aber dann kommt wieder der Namenlose. Oder der Unaussprechliche besser gesagt. Und was macht er? Mit dem Bronze Warhammer schlägt er wohl von hinten den Verrückten auf den Kopf und zerschmettert damit den Schädel. Wow. Okay. Ja, das macht schon ein bisschen mehr Sinn mit so einem Hammer als mit der bloßen Faust. Aber trotzdem sehr imposant. Ist er jetzt eigentlich Captain of the Guard gerade? Ne, ist er nicht. Aber durch die Aktion wurde er gerade wieder befördert. Replace. Wo ist der Unaussprechliche? Na, 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 na. Da ist er doch. Asa Yaljua. Kann ich's also doch aussprechen. Irgendwie wader ich mich da immer. So. Du bist jetzt wieder Captain of the Guard. Brauchst aber auch gleich wieder dein Zimmer. Hm. Deine alte Stube sozusagen. Wenn du nicht wiedergeboren worden wärst. Hier. Du gehörst jetzt ihm. Du gehörst jetzt ihm. Und du wirst gerade von irgendeinem Kind bewohnt. Das wird rausgeschmissen. So. Und das gehört dir. So. Hätten wir das also auch geklärt. Und wieder drei Tote. Na gut. Und Girogan legt sich gleich erstmal schlafen. Nach so einer hektischen Lauferei. Kann ja gar nicht sein. Da musste er zu Fuß vor so einem Irren weglaufen. Er wurde nicht getragen. Mann, Mann, Mann. Na gut. Wir sehen uns gleich wieder.